Rotationskörper sind faszinierende Objekte und tatsächlich habe ich bei der Programmierung dieses Videos erst wieder gemerkt, wie viel Mathematik aus der Uni eigentlich dahinter steckt. Aber keine Angst, im Matheunterricht wird es nicht ganz so kompliziert, denn das Volumen so eines Rotationskörpers, das kannst du mit relativ einfachen Methoden bestimmen. Ich zeige dir heute mit ein paar wunderschönen Animationen, die du so auf YouTube auch noch nicht gesehen hast, wie genau diese Körper entstehen und wie man dessen Volumen mit einem einfachen Integral bestimmen kann. Erinnerst du dich noch daran, wie der Flächeninhalt unter krummlinigen Kurven eingeführt wurde? Da hast du Rechtecke unter den Graphen der Funktion gelegt und obwohl dort noch einige Lücken zu sehen sind, konnten diese in einem Grenzwertprozess geschlossen werden. Je schmaler nämlich die Breite Delta x eines Rechtecks wird, umso mehr Rechtecke passen erstens unter den Graphen und umso kleiner werden zweitens die Lücken. Im Grenzwert, wenn also die Breite Delta x gegen 0 geht, werden beliebig viele Rechtecke unter den Graphen der Funktion gelegt und die Fläche damit fast perfekt approximiert. Rein formal notierst du diesen Prozess in dieser Integralschreibweise. Diese Grundidee verfolgen wir auch, wenn das Volumen eines Rotationskörpers berechnet wird. Was so ein Rotationskörper genau ist, das kündigt deine Mathelehrerin oder dein Mathelehrer immer wie folgt an. So meine Lieben, und jetzt stellt euch mal vor, der Graph der Funktion würde um die x-Achse rotieren. Jo, dann machen wir das doch einfach mal genau so. Der Graph wird also tatsächlich um 360 Grad einmal komplett um die x-Achse gedreht und erzeugt dabei diese wunderschöne Oberfläche. Der ganze Rauminhalt, der jetzt von dieser Oberfläche eingeschlossen wird, das bezeichnen wir als das Volumen des Rotationskörpers. Aber zurück zur Grundidee. Zweidimensionale Rechtecke, die immer schmaler werden? Das funktioniert im dreidimensionalen Raum für die Volumenbestimmung natürlich nicht. Und genau deswegen musst du dir vor einem möglichen Grenzwertprozess auch überlegen, wie das Volumen unter dem Rotationskörper durch geeignete Volumina approximiert werden kann. Glücklicherweise brauchst du dir da aber nichts Neues ausdenken. Die Rotation um die x-Achse erzeugt diese Volumina nämlich von ganz alleine. Also holen wir die Rechtecke nochmal zurück und lassen sie um die x-Achse rotieren. Was dabei entsteht sind diese drei Scheiben hier, wobei es wahrscheinlich besser ist, die Körper beim Namen zu nennen. Es sind schlichtweg Zylinder, die bei der Rotation um die x-Achse entstehen. Schauen wir uns mal das Volumen des ersten Zylinders an. Seine Grundfläche ist ein Kreis mit dem Radius r. Der Flächeninhalt beträgt also Pi mal r Quadrat. Und wenn du diese Fläche in den Raum nach hinten ziehst, also mit der Höhe h multiplizierst, dann erhältst du das Volumen des Zylinders. Verknüpfen wir diesen mal mit der Funktion f. Der Radius r entspricht der Höhe der Funktion an der Stelle 1, also dem Funktionswert f von 1. Aber Vorsicht, nicht das Quadrat vergessen. Die Höhe h des Zylinders hingegen entspricht der Breite des Rechtecks, die wir, und das kennst du aus der Einleitung mit Delta x bezeichnen. Beim zweiten Zylinder sieht es ähnlich aus, nur dass der Radius nun dem Funktionswert an der Stelle 2 entspricht und vollkommen analog beim dritten Zylinder mit dem Funktionswert an der Stelle 3. Alle drei Zylinder zusammenaddiert ergeben das Volumen des zylindrischen Gebildes auf der rechten Seite. Diese Summe schreiben wir Mathematiker verkürzt mit diesem Summenzeichner auf. Wir nehmen dabei das Quadrat eines Funktionswertes am linken Rand des Zylinders und multiplizieren jeweils mit der Breite Delta x. Und im Prinzip haben wir jetzt genau die gleichen Voraussetzungen geschaffen wie in der allerersten Animation des Videos. Wir können nun die Breite Delta x eines Zylinders schmaler und schmaler machen, müssen aber, um das gesamte Volumen auszufüllen, dementsprechend mehr Zylinder verwenden. Im Grenzwert, wenn die Breite Delta x eines Zylinders gegen 0 läuft, strebt die unendliche Summe erneut gegen ein bestimmtes Integral, nämlich jenes, mit dem sich das Volumen des Rotationskörpers berechnen lässt. Okay, kommen wir zur Berechnung des Volumens. Dazu brauchst du als erstes die Funktionsgleichung. Und das hast du vielleicht schon erkannt, das ist die Wurzelfunktion. Als untere Grenze nehmen wir 1 und als obere Grenze 4. Bevor du jetzt aber integrierst, musst du erst das Quadrat der Funktion bilden. Das ist hier aber besonders einfach, da das Wurzelziehen und das Quadrieren Umkehroperationen sind und sich gegenseitig aufheben. Sprich, da kommt einfach x raus. Gut, dann ergänzen wir alles in der Formel, also untere und obere Grenze einsetzen, sowie das f Quadrat durch dieses x ersetzen. Pi nicht vergessen, typischer Schusselfehler. Und die Stammfunktion von x, das ist 1 halb x Quadrat. Wie üblich zuerst die obere Grenze für das x einsetzen. 4 hoch 2 sind 16, durch 2 macht 8, minus die untere Grenze, was 1 halb ergibt. Und wenn du die beiden Zahlen noch zusammenfasst, dann kommt am Ende raus, dass der Rotationskörper ein Volumen von 7,5 Pi Volumeneinheiten besitzt. Und das war's auch schon. Es ist vollkommen okay, wenn du das Ergebnis als Vielfaches von Pi stehen lässt, anstatt es zu runden. Zugegebenermaßen, es ist schon erstaunlich, wie dieselbe Grundidee, die zur Einführung des Flächeninhaltes unter einem Graphen genutzt wird, nun auch bei der Volumenbestimmung von Rotationskörpern zum Einsatz kommt. Nur, dass dabei keine Rechtecke, sondern Zylinderscheiben im Volumen platziert werden. Der Grenzwertprozess mit immer schmaleren Scheiben führt dich am Ende, wie bei der Flächenberechnung, auf ein ziemlich elegantes Integral, was sogar noch relativ leicht auszuwerten ist. Ich gebe jedoch zu, dass das Beispiel heute mit der Wurzelfunktion so ziemlich das einfachste ist. Das geht natürlich auch ein bisschen schwieriger und gucken wir uns exemplarisch in den nächsten Videos an. Diese Rotationskörper generieren aber noch weitere spannende Fragen. Zum Beispiel, wie groß ist die Mantelfläche des Rotationskörpers? Also die Fläche, die du hier die ganze Zeit siehst? Und wie geht man eigentlich vor, wenn man den Graphen nicht um die x-Achse, sondern um die y-Achse rotieren lässt? Dazu du aber mehr in den nächsten Videos.